Das Ende der Desktop-PCs und der Notebooks, wie wir die bisher immer so benutzt haben, ist nah. Der nächste PC-Hersteller gibt auf und das ist ein großer Hersteller und da stellt sich natürlich die Frage, ist das auch das Ende der klassischen Windows-PCs und der Windows-Notebooks, wie wir die bisher benutzt haben. Nach April 2024, also nächstes Jahr, will Fujitsu in Europa keine Client-Geräte mehr verkaufen, also keine Desktop-PCs wie diese S-Primo, die kennt bestimmt jeder, oder auch keine Notebooks mehr, wie die Livebook-Reihe oder die Amilo-Reihe, die es mal von Fujitsu oder eben auch Fujitsu Siemens gab, sondern Fujitsu will sich nur noch auf Server- und Rechenzentren konzentrieren, aber eben Endgeräte mit Windows drauf wollen die keine mehr verkaufen. Viele kennen Fujitsu ja noch im Zusammenschluss mit Siemens. Fujitsu Siemens-PCs kennt jeder, hat bestimmt jeder mal irgendwo auf dem Schreibtisch gehabt oder ein Notebook von denen gehabt. Die wurden ja in Augsburg hergestellt, das Werk, das ist da schon lange dicht gemacht und die Schließung des Werks in Augsburg hat damals ja 1500 Beschäftigte betroffen. Wieder ein Markenhersteller weniger, viele kennen ja noch Compact, viele kennen noch Toshiba, MaxData, Fujitsu Siemens eben in Kombination und die sind alle weg, die sind alle verkauft. Compact gibt es nicht mehr, wurde ja verkauft. Toshiba macht auch keine Notebooks mehr, die waren mal Marktführer gewesen, so Ende der 90er, Anfang der Nuller, hatten die Top-Produkte rausgebracht, das waren so die besten Notebooks, die es gab. Die waren qualitativ wirklich sehr hochwertig mit einem tollen Support, aber hat sich wohl auch nicht gelohnt für Toshiba. MaxData ist ja insolvent gegangen, schade. Und auch Medion wurde an Lenovo verkauft, also wer heute ein Medion-PC hat, Medion-PC sich irgendwo kauft, beim Discounter bei Aldi, der hat in Wirklichkeit ein Lenovo-Produkt. Also Lenovo hat Medium komplett übernommen. Während MaxData oder eben auch Medion vielleicht eben kleinere Firmen waren, ist Fujitsu wirklich eine Riesenfirma. Die machen einen Umsatz von 30 Milliarden Euro weltweit mit ihren Produkten. Und wenn die eben sagen, okay, wir ziehen uns aus Europa zurück, das ist ja wirklich ein wachstumsstarker Markt, dann hat das mit Sicherheit eben einen strategischen Hintergrund, auch einen finanziellen Hintergrund. Der Absatz eben geht ganz stark zurück an PCs, an Laptops, wo eben klassisch Windows draufläuft. Fujitsu Siemens wurde ja schon 2009 aufgelöst und die hatten damals einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Jahr 2008 gehabt. Toshiba ist 2020 vollständig aus dem Markt für PCs und Notebooks ausgestiegen. Und das ist ja wirklich eine große Firma gewesen und für die hat sich das auch nicht mehr rentiert, eben Notebooks herzustellen. Verglichen mit Toshiba waren andere deutsche Hersteller wie MaxData zum Beispiel natürlich nur kleinere Firmen. MaxData hat ja 2010 Insolvenz schon angemeldet. Die hatten ja Monitore, die hatten ja auch PCs, Berlinär-Monitore kennt ja bestimmt. Jeder hat auch hier da schon mal so einen irgendwann mal gehabt, die waren auch gar nicht mal so schlecht. Und die hatten einen Umsatz von 468 Millionen Euro und die haben es auch nicht bis heute geschafft. Was bleibt dann noch an Markenherstellern, wenn man sich selber keinen PC zusammenbauen will, zusammenbauen kann? Bleibt nur noch Lenovo übrig. Jule Packard, ganz klar Dell, Acer und Asus. Und das ist auch die Reihenfolge an Marktanteilen. Also Lenovo ist momentan so der größte Hersteller oder der Hersteller, die die meisten Geräte verkauft, die meisten PCs, Desktop-PCs mit Windows drauf und die meisten Notebooks mit Windows drauf. Dann kommt eben HP, dann Dell, dann Acer und dann Asus. Stand alles 2023. Und der Höhepunkt des PC-Markts, der ist meiner Meinung nach auf jeden Fall schon lange überschritten. Der war ja so zwischen 1995 und 2010 gewesen. Da hatte irgendwann jeder sich einen PC gekauft, der vorher noch gezögert hat, der vorher keinen gehabt hat oder keinen gebraucht hat. Da gab es eben Online-Banking und alle Sachen wurden dann eben digital. So ab 2008, da kamen eben die Handys und Tablets auf den Markt. Da hat eben Apple mit dem iPhone oder Android den Markt übernommen. Insofern, dass viele natürlich sagen, ich brauche überhaupt keinen PC oder keinen Desktop mehr, den ich mir auf den Schreibtisch stelle, sondern ich habe mein Handy und das reicht mir. Entsprechend geht auch der PC-Verkauf weltweit zurück. PC, also Desktop-PCs, Minitower und Notebooks oder Laptops dann eben mit Windows drauf. Im Zeitraum zweites Quartal 2022 bis zum zweiten Quartal 2023 gab es weltweit eben Rückgang um 16%, was ungefähr 11,8 Millionen PCs und Notebooks sind, die weniger verkauft wurden im Vergleich zu dem Zeitraum davor. In Europa ist es noch ein bisschen drastischer. Da sind sogar die Verkäufe um 38% eingebrochen. Also Ende 2022 wurden 38% weniger PCs und Notebooks verkauft als noch im Jahr davor. Und das ist natürlich ganz besonders massiv und vielleicht auch ein Grund dafür, dass Fujitsu sich eben mit kleinen PCs und kleinen Notebooks zurückzieht aus dem europäischen Markt. Teilweise sind solche Umsatzrückgänge oder verminderte Verkaufszahlen natürlich irgendwo auch handgemacht, hausgemacht, selbstgemacht. Das hier, das ist ein PC von Fujitsu, das ist ein S Primo. Und man sieht schon, der sieht alles andere als stylisch aus. Nicht besonders schön, wenn man das mal vergleicht mit anderen Herstellern wie Apple. Da ist hier das wirklich nur graue Kiste, schwarze Kiste. Hier drüben noch einer, so kennt man die, auch wenn man irgendwo in Ebay guckt, Ebay Kleinanzeigen. Da ist dann alles voll mit diesen schwarzen Kisten. Fujitsu und viele andere Firmen, die haben sich natürlich auch in den letzten Jahren voll eben auf Industrie und Gewerbe und Verwaltung konzentriert. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, das ist also wahrscheinlich nicht das, was man als Endanwender sich für zu Hause kaufen würde. Oder man kann mal sagen, das ist keine IT, die Spaß macht. Das ist einfach hier nur noch technisch. Und hier das Ganze, das ist auch noch ein BTX-Formfaktor. Und da sind sehr viele PCs von Fujitsu-Fujitsu Siemens. Wer sich davon mal ein ATX-PC gekauft hat, kann es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mal geguckt in meinem Fundus hier, da habe ich nur diese BTX-Kisten. Das heißt, das Mainboard ist auf der anderen Seite eingebaut. Anders formuliert, wenn man da irgendwas reparieren will, da kriegt man ganz schlecht Ersatzteile für. Und die Geräte sind wahrscheinlich ein bisschen leiser als ATX, aber letztendlich nicht wartungsfreundlicher. Hier habe ich mal so ein PC, da habe ich hier eine SSD eingebaut und hier dann eine Festplatte für Multiboot. Und funktionieren tun die, die sind nicht besonders schnell, die sind nicht besonders schön, die sind nicht besonders schön. Design vor allem, wenn ihr mehr über Fujitsu-Geräte wissen möchtet, wie sowas aufgebaut ist, so ein Fujitsu-Desktop-PC. Schaut euch einfach mal dieses Video an, da wird er dann verglichen mit anderen Geräten von anderen Herstellern. Merkt man schon, okay, das ist nichts Besonderes. Also da gibt es auch keinen speziellen Grund, sich Fujitsu da zu kaufen. Das ist ein Fujitsu S Primo Desktop-PC, also ein Klein-PC, an dem eben mit Windows gearbeitet wird. Hier ein Vorgänger, Fujitsu Siemens, sieht auch nicht wirklich viel schöner aus. Hier drüben dann ein Server oder eine Workstation mit dem Xeon-Prozessor drin. Das ist ein Fujitsu Primagy und ja, designmäßig steht das hinter Apple ganz, ganz, ganz weit. Und da muss man einfach mal sagen, hat Apple zum Beispiel wirklich besser raus als Hersteller, wie man sich einen Kundenmarkt schafft und wie man seine Kunden an die Marke bindet. Ganz klar ist natürlich, dass viele PC-Hersteller so ein bisschen den Anschluss verpasst haben. Und ich denke mal, HP, da sieht es ähnlich aus. Die Kunden heutzutage, ganz egal, ob das irgendwo im gewerblichen Bereich ist oder irgendwo privat, die wollen halt kleine Geräte haben, die wollen halt Handys haben, die wollen Tablets haben oder eben solche Mini-PCs, wie ich die hier habe, habe ich hier mal ein Video zu gemacht, blende ich hier oben mal ein. Schaut es euch einfach mal an. Und wenn man natürlich das jetzt mal vergleicht, hier auf der linken Seite so ein Mini-PC und hier so ein Riesen-Klopper, dann sieht man natürlich schon, okay, Desktop-PCs, die haben wirklich ausgedient. Die braucht kein Mensch mehr. Mit einem Mainboard vielfach größer als hier so ein Mini-PC. Und diese Mini-PCs, die können eben um einiges mehr als viele Workstations und Server heutzutage. Aber auch da muss man genau hinschauen. Intel zum Beispiel stellt seine komplette NUC-Serie ein, seine kompletten Mini-PCs. Aber die Serie, die Sparte, die wurde mittlerweile von Asus aufgekauft von Intel. Also Asus wird eben diese Intel NUCs weiterführen, vielleicht unter eigenem Label rausbringen. Also man muss als Firma eben innovativ sein. Man muss eben mit der Zeit da eben mitgehen. Also wenn es heute keine PCs sind, dann sind es eben morgen Mini-PCs oder irgendwelche Tablets zum Beispiel. Und da muss natürlich ein Hersteller immer was dazu anbieten. Ich persönlich würde aber sagen, dass das Ende der Desktop-PCs da ist, so wie man die eben kennt. Entweder so in der Form rechts oder eben auch hier in dieser RGB-LED-Bling-Bling-Form. Das sieht zwar alles ganz nett aus, ändert aber nichts dran, dass es quasi Dinosaurier sind, dass diese Technik eben auch deutlich kleiner geht hier mit solchen Mini-PCs. Es ist ganz egal, welcher Hersteller. Und natürlich will man sich hier nicht mehr so ein Dinosaurier auf den Schreibtisch stellen. Wobei natürlich ganz klar eben Endgeräte mit Windows drauf oder mit Linux drauf, die muss es ja logischerweise auch immer geben. Halt eben in anderer Form. Da muss man als Hersteller eben mitziehen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Ob ihr euch noch hier so einen Riesen-PC kaufen wollt oder ob ihr euch den selber bauen wollt. Selber bauen, das hat natürlich immer was Eigenes. Da kann man auch das Eigenes kreieren. Und da muss man sich nicht hier so ein PC von der Stange kaufen, irgendwie so eine schwarze Maus hier, so einen schwarzen Kasten, sondern da kann man seiner Kreativität eben freien Lauf lassen. Oder ob ihr sagt, nee, ich habe ein altes Notebook, das reicht mir. Das ist natürlich auch immer ein Grund. Sachen werden alle teurer und ein bisschen schneller natürlich auch, aber halt nicht viel. Also viele sagen auch dann, okay, ich habe einen Rechner, der ist sechs Jahre alt, der reicht mir, der ist schnell genug. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Besucht mal die Seite tooltime.de, die sieht man hier auf der Seite tooltime.de. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seine Rechner repariert, wie man seinen Notebook auseinanderschraubt und repariert, wie man seinen Drucker auseinanderschraubt und repariert, wie man Windows 10 installiert, Windows 11, wie man Linux installiert und schneller macht. Besucht mal die Seite tooltimpedia, das ist diese hier. Tooltimpedia ist ein Hardwarearchiv, ein Softwarearchiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet ihr Hardware wie Mainboards, wie Grafikkarten, wie Prozessoren. Da gibt es Spielekonsolen, Videospielekonsolen, Videospiele und Zubehör. Schaut es euch einfach mal an, was die damals gekostet haben und was sie damals konnten.